Jo Leute, was geht ab? Wir waren am Start und herzlich willkommen zu meinem allerersten Star-Trop-Opening, Freunde. Heute gegen Alcrimix, was geht ab? Was geht ab? Oh mein Gott, ich hab so Bock. Freunde, ihr seht's im Hintergrund, wir sind gerade in Brawl Stars am Start. Ich hab Gems schon aufgeladen und heute das allererste Mal, ich hab's noch nie aufgemacht. Deswegen, Freunde, lasst die mal einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ich würd sagen, Freunde, wir labern nicht lang, tu mal rum. Ich blende jetzt im Hintergrund einmal die Punkte ein. Das bekommen wir, das heißt, für einen legendären Skin, wenn wir den ziehen, bekommen wir 10 Punkte. Wenn wir zum Beispiel nur einen seltenen ziehen, nur einen Punkt. Und Freunde, Skins gibt 2 Punkte und rankt 8 Punkte, aber ich würd sagen, wir labern nicht lang, tu mal rum. Bist du bereit? Ich bin bereit, Bro. Bro, Bro, das ist das allererste Mal für mich. Let's go, okay. Drück schon mal auf holen jetzt erstmal. Tag, erste Stufe. Warte, 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 ich muss den erstmal kaufen gerade. Ja, kauf mal deine erste Stufe. Also ich bin jetzt schon im Opening Screen. Weißt du überhaupt, wie das läuft, Lukas? Also umso öfter du draufdrückst, desto höher kann die seltene Stufe gehen. Ja, genau, genau. Okay. Okay, warte, warte, ich bin jetzt auch bei der ersten direkt. Moment. Ja, oh nein, bei mir ist nur selten. Nein, nein, bei mir ist selten geblieben. Oh mein Gott. So, okay, freigeschaltet. Das allererste. Oh, super selten. Okay, nicht krass, aber. Was, okay. AXP, Verdoppler, nix wildes. Ich mach meinen nächsten auf. Ja, mach mal. Selten, selten. Ey, Mann, das bleibt selten, Junge. Oh mein Gott. Oh Mann, okay, leider kein Glück gehabt. Okay, ich mach wieder. Bro, ich hab noch nie in meinem Leben einen Prawler gezogen. Das wird das erste Mal. Was, echt? Ja, wieder nur selten. Oh mein Gott. Also am Ende kriegst du ja einen garantierten Legendären. Da könnt ihr eventuell... Ja. Oh mein Gott, super selten. Nein, das bleibt super selten. Ey, das gibt's doch nicht, Leute. Bro, kein das bis jetzt. Okay, jetzt aber. Das dritte, Freunde. Okay, ich spam drauf. Ja, 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 ja. Das bleibt selten. Was? Ich krieg 50 Münzen. Ich mach meinen nächsten. Ey, direkt episch. Direkt episch. Nein, es bleibt aber epic. Aber du weißt, ab epic, Bro, können Brawler kommen. Ja, und du kriegst schon mehr Punkte jetzt, ne? Wenn du jetzt einen kriegst, dann greift. Oh, 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 oh. Ja, Mann. Skin. Skin gezogen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, zwei Punkte für mich wegen Skin. Let's go, Leute. Junge, jetzt. Ich muss nachlegen. Okay, komm, ich mach den nächsten. Nice, nice, nice. Junge, schon wieder nur selten. Was ist das? Strong, strong, strong. Bro, 50 Münzen. Okay. Sehr, sehr strong. Okay, also legendär, 10 Punkte, müthig, 5 Punkte, epic, 3 Punkte, selten, 2, selten, 1 und ein Skin, 2 Punkte. Okay. Genau. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ich mach meinen nächsten. Okay, hoff. Barbar, super selten. Mythisch. Bro, das kann nicht wahr sein. Es ist mythisch gegangen, Bro. Es ist mythisch. Weißt du was? Okay. Ich geb dir die Chance. Mach auch deinen nächsten. Ich guck, wie weit du kommst. Weil vielleicht kriegst du ja auch mythisch oder legendär. Okay, komm. Ich mach den nächsten. Ippisch, Ippisch. Ich mach auf. Okay, 3, 2, 1. Pack opening. Oh mein Gott. Was hast du? Nein, Bro. Ich krieg Powerpunkte 200. Ich krieg ein Spray. Och, Bro. Ey, das war's komplett. Ist das frech, Bro. Ist das frech. Okay, komm. Ich mach den nächsten zuerst auf, okay? Mach du mal den nächsten zuerst. Mach den nächsten zuerst. Okay, Freunde. Wir sind jetzt schon bei Stufe 11 vom Metal Pass. Oh mein Gott. Okay, komm. Selten. XB-Verdoppler. Selten ist krass, Bro. Ja, danke, Mann. Oh mein Gott, super selten, super selten. Und es bleibt super selten. Schade. Auch Müll, Bro. Leider 100 Münzen. Das kann nicht wahr sein. Leider. Müll bist du jetzt auch beim 13. Ja, 13. Genau. Okay. Soll ich zuerst wieder machen? Mach du zuerst. Drück du zuerst durch, Bro. Okay, ich mach auf. Ja. Selten. Es bleibt selten. Bro, es bleibt selten. Nein. Oh mein Gott. Powerpunkte. Jürgen, was ist das? Ey, bei mir bleibt es aber auch selten, leider. Ey, das kann nicht wahrsehen, Freunde. Auch Powerpunkte. Schade, 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 schade. Das erste Mal, dass ich Star Drops öffne und dann kriege ich ihn nur sowas. Bitte. Ich muss wenigstens einen krassen Brawler heute ziehen. Nur einen einzigen. Machst du Stufe 15 zuerst? Äh, komm, mach du jetzt mal zuerst. Okay. Selten, selten, selten. Es bleibt selten. Oh Mann. Schade. Powerpunkte. 25. Oh Mann, Alter. 15. Selten. Es bleibt selten. Na, okay. XP-Verdoppler? Was soll das? Stufe 17 super selten, super selten. Ah, super selten. Das Ding ist, manche haben ja auch schon in die Kommentare geschrieben. Ich halte das aber für ein Gerücht, dass wenn man schneller draufkriegt, soll wohl die Chance höher sein, dass man was Krasseres bekommt. Echt? Also, dass du diese Stufen schneller erhöhst. Aber das haben Leute in die Kommentare geschrieben. Du weißt, Bro, das ist, weiß man nicht, ob das stimmt. Ja, okay, okay. Aber ich kann es jetzt auch probieren. Es können auch Geschichten aus dem Paulaner Garten sein. Ich bin jetzt bei 17. Ich werde jetzt übel draußen bleiben, okay? Spam. Okay, 3, 2, 1. Selten. Ja, das hat ja super geklappt. Ich mache jetzt auch den Spam. Okay. Auch selten. Leute, das ist doch schon wieder, ihr prankt uns doch. Das kann nicht wahr sein, ne? Das ist, wir werden hier leider wieder geprankt. Ey, okay, 19. Ich fange wieder an, ja? Mach du, ich bin nach Top 19 schon. Bitte, Freunde, jetzt aber. Und? Ey, ich gehe einfach nach Hause. Schon wieder selten. Bro, das kann doch nicht wahr sein. Das ist jetzt 2-0 für mich. Okay, ich mache Stufe 21. Selten, 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 selten. Episch! No! Episch beim Let's Note! 100 Powerpunkte. Oh, Mann. Ey. Du hast bis jetzt 2 Punkte nur, ne? Ja. Ach, du hast 2. Wie ist denn dein Punktestand? Warte mal ab, warte mal ab, Bro. Ja, okay, okay. Guck mal, wir sind jetzt erst langsam bei der Hälfte. Es geht ja bis 50, also... Ich mache jetzt mal die 21 auf, okay? Machen wir mal die 21 auf. Ich hole jetzt mal kurz einen legendären Brawler noch raus, okay? Komm, easy. No, 10er, 10er. Ja, oder halt auch nur 25 Powerpunkte, weil es selten war. Ich mache bei Stufe 23 weiter. Es bleibt bei selten. Es bleibt bei selten, Junge. Ey, das gibt's ja nicht, Leute. Freunde, falls ihr irgendwie Tipps kennt, wie wir da... Junge, es kann ja nicht wahr sein. Nein, das ist einfach random. Das ist einfach Klücksspiel, Junge. Ja, das ist halt wirklich random. Komm, ich mache es super selten. Es bleibt super selten. Schade, 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 schade. Es bleibt leider super selten. Also, ich habe jetzt gerade 25 aufgemacht. Katastrophe. So, wie läuft es bei dir? Hast du 25? Warte. Okay, ich mache das nächste, ja? Ja, machen wir das nächste auf. Okay. Super selten. Schon mal besser. Münzen. Also, ich sage, alles unter Epic, Bro, müssen wir nicht drüber reden. Alles unter Epic ist eh unnötig. So, dann ich mache Stufe 29. Komm, ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe gerade ein sehr gutes Gefühl. Super. Ey, ey, ey. Es geht auf Epic. Epic. Oh mein Gott. Okay, okay, Epic, Epic. Ich habe es gecallt, Leute. Ich habe es gecallt und jetzt mache ich mit meiner Nase auf. Bro, ich mache Auge. Ich mache Auge. 200 Münzen, Bro, dein... Bro, warum hast du Auge gemacht? Bro, warum hast du Auge gemacht? Okay, ich mache auch auf. Es bleibt bei selten, Bro. Ja, sehr gut. Junge, das kann nicht wahr sein. Karma. So, Stufe 31 wie Lukas. Zack, Leute. Ja, wahrscheinlich. Ah, es bleibt leider selten. Es bleibt leider bei selten. Ey, warte mal, ich bin bei 29 erst. Dann mache ich jetzt zwei, okay? Dann mache ich jetzt zwei. Komm, 29. Komm, auch mal episch oder so. Okay, wieder nur selten. Münzen brauche ich nicht. Okay, und 31 mache ich jetzt. Ja, mache 31. Ippich, Ippich. Das geht auf. Nein. Du hältst Nita? Was, wie? Das ist aber nur in dem Mode, leider. Ah, ich dachte schon, du hast Nita gezogen. Ja, ich dachte gerade auch. Das wäre crack, Bro. Ey, Mann. Schade. Oh, mein Gott. Okay. Okay, also ich bin im Opening-Screen von der 33. Mhm. Ja, ich jetzt auch. Okay, dann lass mal gleichzeitig öffnen. Drei, zwei, eins und ba, ba. Oh, super selten. Es bleibt selten bei mir. Es bleibt super selten, aber. Komm schon, bitte, Brawler, auch super selten. Oh, Punkte für Belieben, Brawler, Brawler-Punkte. Leider Müll, Leute. Leider Müll. Okay, 35, Bro. 35, mach du zuerst. Aber guck mal, egal was passiert, ganz am Ende ziehen wir sowieso ein. Einen legendären hat man garantiert. Okay. Aber es heißt aber nicht, dass da ein Brawler rauskommen. Ja gut, da kann ja alles rauskommen. Klar. Okay, ich mache 35, schau mal auf. Mach du auch auf? Episch, direkt Epic. Oh, mein Gott. Ich bin schon bei super selten. Ich bin bei Epic. Oh, mein Gott. Oh, es bleibt bei... Ne, warte, ich kann auch einmal drücken. Oh, mein Gott. Es bleibt bei Epic. Okay. Ah, ich habe 100 Bling Points bekommen, leider. Ich drück drauf. Komm schon, komm schon. Münzen. Ah, mein Gott, ist das recht. Ist das recht. Okay, 37, Bro. 37. Okay, ich bin auch da. Okay, ich drück nochmal drauf. Es bleibt selten. Super selten. Es bleibt super selten. Egal, komm, ich brauche jetzt mal einen Punkt. XP-Verdoppler. Junge, ich habe noch nicht einen gezogen. Das kann nicht sein. Junge, so, Stufe 39 mache ich jetzt hier. Okay, ich habe auch offen. Selten, selten, selten. Oh, beim zweiten auf Episch. Oh, oh mein Gott. Komm schon, bitte. Bitte. Es bleibt Epic. Okay, es bleibt Episch. Ich mache ihn auf. Brawler! 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 Boom! Colt, Bro, Colt. Den Brawler gezogen. Let's go. Welche Seltenheitstufe hat der? Ich weiß nicht. Ich glaube, der ist 2. Grün, Bro, grün. Selten nochmal. Das heißt, er ist aber nur ein Punkt. Aber warte, du hast eben 2 bekommen, ne? Ich habe 2 für einen Skin. Oh mein Gott. Ich bin immer noch brawler. Oh, das kann nicht wahr sein. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Aber ich glaube, Colt soll ein cooler Brawler sein. Stufe 41 direkt, Episch. Es bleibt leider bei Epic. Komm, komm, Epic. Ich sehe doch da jetzt... Ich auch, ich auch, Bro. Ich auch. Alter, okay, dann lass es gleichzeitig. 3, 2, 1 und... Go. Ja! Nein! Powerpunkte. Skin, 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 Bro. Panda, Nita. Let's go, nochmal 2 Punkte auf mein Konto. Super selten. Oh mein Gott. Bro, wie 4 zu 1 steht es, Lukas? Ist ja gar nicht so gut bei dir leider. Das kann nicht wahr sein. Okay, 43. Ich drücke drauf. Mach du zuerst, mach du zuerst. 43. Das bleibt mal selten, Bro. Ich warte, Leute. Ja, Münzen bringt nichts. Und? Das bleibt auch selten. Guck mal, wie kann man so viel Lack haben, ne? Sehr, sehr schade. Okay, jetzt bei 45. Bro, wir haben nur noch. Das ist der vorletzte, ne? Also danach kommt noch ein Random und dann kommt der Legendäre. Okay, ich drück drauf. Mach, 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 Bro. Selten. Bitte, ich darf nicht verlieren, Freunde. Erste Folge, ich darf nicht verlieren. Super selten. Mütig. Komm, bitte auf legendär noch. Bitte noch auf legendär. Okay, es bleibt mal mütig, Bro. Es bleibt mal mütig, Bro. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Was hast du? Was hast du? Ich drück drauf. Hast du schon geöffnet? Nein, noch nicht. Mach auch. Drück auch drauf. Okay, ich drück auch drauf. Nein, es bleibt bei mir selten. Es bleibt selten. Es bleibt selten. Drück drauf. Oh mein Gott. Ja, ich drück drauf. Nur Münzen. Nur Münzen. Okay, okay, ich drück drauf. Drei, zwei, eins. Bam. Nein, nein, nein. Es öffnet sich. Komm. Penny Gadget? Salzfass? Ja, Gadgets sind an sich gut, aber bringt dir leider nichts. Bro, es bringt mir gar nichts fürs Ding. Oh mein Gott. 47, super selten. Epic. Ich bin im Epic Opening Screen. Okay. Mach du 47 auch auf. Komm. Ich drück einmal drauf. Vielleicht kriegst du auch noch. Selten. Super selten. Es bleibt super selten, Bro. Ich mach Epic auf. Ich mach Epic auf. Oh, Powerpoints. Powerpoints leider nur. Aber Bro, bevor wir den letzten 50er aufmachen. Warte, warte, warte. Ich muss noch aufmachen erstmal. Ja, warte, genau. Ja, auch wieder Powerpunkte. Warte, nur nicht den 50er anklicken, weil es gibt nämlich eine Sache, die du nämlich noch nicht weißt. Es gibt nämlich noch ein paar versteckte Star-Trops, die wir uns nämlich davor noch holen können. Okay. Und zwar geh mal in den Shop rein. Und zwar, da siehst du dann scrollen ein bisschen rechts, es gibt nämlich gratis Star-Trops, diese rosanen, siehst du? Ah, okay. Es gibt nämlich den 1 Star-Trop und den 10 Star-Trop, die sind gratis. Wir machen erstmal den 1er noch auf. Okay. Okay. Bleibt selten bei mir. Selten. Ja, bei mir auch. Ich mach auch. Und jetzt können wir nämlich nochmal 10 gratis hier hintereinander öffnen. Boah, das ist wild, Digga. Okay, let's go. Warte, erstmal Free Brawler. Holen wir uns erstmal mit. Uh, uh, uh. Auf Lock, Leute. Schmeck, die Schmeck. Rock einfach. Oh mein Gott. Mütig. Mein erster Deck. Mütig. No way. Warte, ich drück auf. Ich warte auf dich. Super selten. Okay, ich hab super selten. Oh mein Gott. Mütig, Bro. Mütig. Was kriege ich? Neuer Skin. Puppe, Chessie. Bro. Wie viele Punkte? Oh mein Gott. Der hat zwei. Skin ist zwei Punkte. Super selten. Ach, Skin. Okay, ich dachte, Brawler gerade. Okay, okay. Oh mein Gott. Das heißt 6 zu 1, Leute. Okay, mach die nächsten auf. Ich hab nur Münzen gehabt. Wieder mütig. Back to back. Was ist das? Back to back mütig. Back to back mütig, Bro. Opening. Ach, leider nur Powerpoints. Leider nur Powerpoints, Leute. Okay. Sehr, sehr schade. Okay, der nächste bleibt bei mir selten auch, leider. Bei mir super selten. Ich mach auf. Ja, Münzen nur. Bringt mir gar nichts. Selten. Schade. Okay. Der nächste auch nur selten. Bro, epic. Epic, epic, epic. Junge, was hat der Typ für Lackfreunde? Was passiert hier, Leute? Was passiert hier? Super selten. Oh mein Gott. Bling Points leider nur. Das bleibt super selten. Okay, ich mach auch kurz auf. Ja, auch Bling Points. Okay. Oh mein Gott. Lukas, du musst jetzt wirklich nachziehen. Also das Einzige, was dich bis jetzt noch retten kann, ist, wenn du einen mütigen oder einen legendären Zoller ziehst. Episch. Oh mein Gott, episch. Komm schon, bitte, bitte, bitte. Mach kein Auge. 200 Münzen, die brauch ich nicht. Ey, das kann ich heute. Legendär. Ich bin raus, Bro. Ich bin raus. Digga, was? Ein legendären. Oh mein Gott, ist das lecker. Mach auf. Mach auf. Willst du noch einmal versuchen nachzuziehen? Komm, warte. Weil wenn wir beide legendär wären, wäre krass. Warte, warte, warte. Ich mach. Der ist selten geblieben. Super selten. P-Verdoppler, super selten. Mütlich. Er geht auf. Brawler. Ich hab Brawler. Oh mein Gott. Neuer Brawler, episch Edgar. Bam, Digga. Drei Punkte in der Haus. Powerpunkte. Das heißt, ey, 4 zu 4. Aber jetzt mach ich meinen legendären auf und ich habe. Nein, nur eine Hyperladung. Nein. Warte mal, steht es jetzt 4 zu 4 oder 6 zu 4? 6 zu 4. 6 zu 4, also ich bin noch mit 6. Ey, ich zieh dich noch. Bei dem legendären Letzten. Ich hab nochmal einen epischen. Was? Nein. Was? Ich hab auch episch. Skin, skin, checky skin. 8 zu 4. 8 zu 4. Oh mein Gott. Ich mach meinen epischen auf, Bro. Ah, Powerpunkte. Nein, nein, Bro. Du checkst nicht, was gerade abgeht. Wieder mütig. No way. Weg, ich komm in den mütigen rein. Ey, das ist krank. Das ist krank, was hier gerade passiert. Mütig. Okay. Ich kann das nicht mehr. Lukas, es tut mir leid, was ich hier gerade mit dir mache. Neuer Brawler Rico. Schaut wieder. Nochmal selten. Ich bin bei 10 Punkten. Ich bin bei 10 Punkten. Ich hab Rico gezogen. Ist das krank, was abgeht? Ist das hier krank, Bro? Okay, Lukas. Yo. Ich bin durch mit meinen Zehnern. Ich warte beim legendären auf dich. Okay, ich geh auch rein. Ich geh auch rein, Freunde. 50. Okay. Ich mach zuerst auf, ja? Mach du zuerst auf. Wenn ich jetzt einen legendären Skin ziehe, äh, einen legendären Brawler und du nicht, dann könnte ich noch gewinnen, oder? Aber du musst, weil, es, nee, warte, warte. Es steht doch, nee, es steht 10 zu 4. Du musst, du kannst eigentlich nur noch gewinnen, wenn du einen legendären Brawler siehst. Okay. Bitte, lass mich nicht im Stich. Brawl, passt Gott. Komm schon, legendär, okay. Oh, Freunde. Okay, 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 okay. Mach kein Auge, Max. Mach kein Auge. Ich mach so Auge, Bro. Ich mach nicht Auge, Bro. Okay, ich drück drauf. Öffnet. Brawler! Brawler! Epischer Brawler, oh mein Gott. Ein epischer Brawler war das für drei Punkte. Ist auch gut, drei Punkte. B habe ich bekommen, sehr nice. Sieben, sieben. Du bist bei sieben Punkten. Ich würde sagen, ich mach jetzt meinen letzten legendären Auge. Drei, zwei, eins. Und... Ich mach so Auge, ich mach so Auge. Nur 1.000 Münzen, Bro. Let's go. Aber, Lukas, ich bin trotzdem bei 10 Punkten, Bro. Ja, Bro. GG, du hast gewonnen. Was soll ich sagen, Bro? Ega! Der Star Drop Opening Boss. Junge, wie viel Lack hattest du aber? Gefühlt jedes zweite Opening war bei dir episch oder müßlich. Aber das war wirklich krass. Das war wirklich krass. Ich bin durchgedreht. Das war echt heftig. Oh mein Gott, Leute. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like mal und ein Abo da, wenn ihr sowas nochmal sehen wollt. Junge, das mich zerstört. Schade, wirklich. Freunde, wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Haut rein und macht's gut. Ciao. Ciao, Leute. Ich konnte nicht verlieren. Mit Deluxe Raum nimmt...